ja moin moin hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen kanal charlie voxtrot das bin ich das sind meine initialen wirklichkeit heißen und worum geht es es geht auf meinem kanal um das ultraleicht fliegen besser gesagt um meinen weg dahin also ich habe jetzt im juli 2020 angefangen mit meiner ausbildung zur ul-lizenz dreiax gesteuerte und werde immer mal wieder unregelmäßig videos hier einstellen von meinen flugstunden vom platz von hinterher irgendwelchen ausflüge vielleicht und so weiter und so fort ich wohne an der weser an der wesermündung von bremerhaven und meine home base ist dementsprechend auch flexen ecodelta bis kitango ein sonderlandeplatz direkt an der weser am deich gegenüber von bremerhaven und ja da bin ich stationiert von da aus fliege ich dann immer mal wieder und ich hoffe euch geben wort ich hoffe ihr folgt mir ihr lasst ein like da ihr lasst ein abo da würde mich freuen und bis später so Musik Musik